Hallo Leute, also ich mache jetzt schon seit über einem Jahr YouTube und ich weiß nicht, warum ich es noch nicht geschafft habe, einfach mal ein kleines Einführungsvideo zu machen, was euch überhaupt auf diesem Channel erwartet. Wie ihr vielleicht bereits gesehen habt, Animationen, Basteln, Gaming, alles ist dabei bei mir. Ich mache auch Animationen von verschiedenen YouTubern und Streamern mittlerweile und ich werde auch weiterhin Spiele spielen und paar Looten-Animationen machen, solange es mir Spaß macht, weil mir ist es wichtig, dass der Content, den ich mache, dass ich dahinter stehe und dass es mir Spaß macht, den zu machen. Ich nehme auch sehr, sehr gerne Vorschläge an, falls ihr Vorschläge habt. Solange sie mir gefallen, mache ich sie dann auch gerne. Ja, also das ist mein Channel. Ich mache das, was mir gefällt, solange es mir gefällt. Es wird sicherlich noch einiges dazukommen. Keine Ahnung. Ich zeige ja auch gerne Plushies. Ich mache also wirklich absolut alles, weshalb ich auch für Ideen offen bin. Und ja, auf meinem Channel könnt ihr alles erwarten, solange es mir und euch Spaß macht. Falls euch eine Art von Videos nicht gefällt, schaut sie einfach nicht. Das ist, ähm... Ich weiß. Super, ne? Ja, ich wollte das einfach mal machen, weil nach einem Jahr sollte ich es ja irgendwie hingekriegt haben, das zu machen. Dass ihr wisst, was überhaupt hier auf euch zukommt. Und wenn euch einer der Themen, die ich angesprochen habe, gefällt, dann lasst doch gerne ein Abo da. Ich freue mich immer riesig, wenn ich sehe, dass irgendjemand was kommentiert hat. Also, Kritik schon, aber, ne? Keine Beleidigungen und so. Harte Beleidigungen, das akzeptiere ich nicht. Und ich freue mich immer riesig, wenn ich sehe, dass irgendjemand kommentiert hat. Also, bitte macht das auch. Und ich wollte mich einfach nur mal bedanken, dass ihr meine Stimme erträgt. Ja, einfach danke, Leute. Ein kurzes, schnelles Video von mir. Ich... Ich weiß nicht. Ja, keine Ahnung. Danke, dass... Dass ihr mich begleitet, dass ihr mich unterstützt. Das bedeutet sehr viel für mich. Ja, ich... Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Ich weiß nicht, was ich sonst noch so sagen soll. Ihr wisst jetzt, was euch hier auf dem Channel erwartet. Ja, gerne Vorschläge in die Kommentare, sage ich schon zum dritten Mal. Ja, ihr so... Habt einen wunderschönen Tag noch. Viel Spaß euch noch. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.